Hallo, hier nur ein kleines Update in Bezug auf meine Videos. Da ich mir einen neuen Monitor bestellt habe, kann ich nun auch Videos in Format von 1440p erstellen. Also bei der Auflösung von 2560x1440. Für euch erinnert sich allerdings recht wenig, wenn ihr diese Auflösung nicht darstellen könnt, also zum Beispiel auf dem Handy, Tablet oder Fernseher. YouTube skaliert diese Auflösung ganz normal in 1080p oder 720p runter. Der Vorteil könnte allerdings sein, dass das Bild nun dennoch auf niedriger Auflösung schärfer wirkt. Das liegt aber daran, dass YouTube bei höheren Auflösungen, die hochgeladen werden, das beim Wunderskalieren wesentlich besser hinkriegt und deswegen das Bild wirklich schärfer wirkt. Ja, hier sehen wir jetzt nochmal die Auflösung. 4K, das größte, das habe ich jetzt nicht, sondern das 2K, 2065x1440. Die nächst kleinere Auflösung wäre dann halt Full HD, 1020x1080 und danach kommt halt ganz normal HD, also 720p, 1080x27. Und diese Auflösung werden halt ganz normal runter skaliert, dass sie alle 16 zu 9 sind und ja. Ihr könnt jetzt halt auf dem PC ganz normal die Auflösung wählen. Ihr habt jetzt hier eine weitere Auflösung höher als 1080p zur Auswahl. Und ja, wenn euer Internet schnell genug ist, was bei mir nicht der Fall ist, wird es wahrscheinlich dann auch gleich laden. Ja, mich würde jetzt noch interessieren, ob ihr auf dem PC, Tablet, Handy oder Fernseher meine Videos schaut und in welcher Auflösung. Was könnt ihr also maximal benutzen oder anschauen? Ich freue mich auf eure Kommentare. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, was dann ebenfalls wie dieses eine 1044p-Auflösung handelt. Macht's gut! Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.